Morgen Meditation für Liebe, Energie und Verbundenheit im neuen Tag Es ist ein neuer Tag, den ich mit Dir gemeinsam beginnen möchte. Ein neuer Morgen, den Du willkommen heißt und an dem Du Dich auf den Tag freust. Du beginnst den Tag mit Energie, Verbundenheit und Liebe. Lass alle Gedanken, was Du heute erledigen musst, für einen Moment beiseite und fange diesen Tag mit Dir selbst und Deinem Inneren an. Nutze diese Meditation dazu, in Deinem Geist positive Gedanken zu verankern und Du wirst das Gefühl haben, dass Dein Leben in Deinen Händen liegt, dass Du es selber steuern kannst und den Tag mehr genießen kannst. Schließe nun Deine Augen und sitze oder liege ganz entspannt. Konzentriere Dich zuerst auf den Atem, lass ihn fließen und atme ganz entspannt ein und aus. Werde Dir bei jedem Atemzug Deines Atems etwas bewusster. Beobachte, wie Du bei jedem Atemzug tiefer gehst und Dich einlässt auf den Fluss des Atems. Nimm wahr, wie Du Dich bei der Ausatmung etwas mehr entspannst und tiefer in Dein Herz gehst. Nimm nun einen ganz tiefen Atemzug und geh in Dein Herz. Und wenn Du ausatmest, lässt Du alles los, was Dich bedrückt oder besorgt werden lässt. Lass ganz bewusst los. Spüre, wie sich Dein Bewusstsein erweitert, ausbreitet und klarer wird. Du fühlst Dich mehr präsent und lebendig. Stell Dir nun jemanden vor, der Dir ganz viel bedeutet, einen Menschen, den Du sehr liebst. Ein Mensch, der Dich inspiriert und der Dir die Liebe in Dir zum Strömen bringt oder der Dein Herz öffnet. Stell Dir diesen Menschen vor, wie er vor Dir steht, wie er aussieht, wie er riecht und wie Du mit ihm verbunden bist. Und dann nimm dieses Gefühl von Liebe beim nächsten Einatmen in Dir wahr und lass es aus Deinem Herzen verströmen. In alle Deine Zellen Deines Seins lässt Du nun Liebe fließen. Genieße diese Liebesdusche für einen Moment und fühle, wie sich Dein ganzes Sein mit Liebe anfühlt, wie alle Deine Zellen mit Liebesenergie angefüllt sind. Beim nächsten tiefen Ausatmen dehnst Du diese Liebesdusche auf Deinen geliebten Menschen aus und erlaubst der Liebe, sich auf sie oder ihn auszubreiten. Beim nächsten Einatmen füllst Du Dich wieder mit Liebe an und beim Ausatmen strömt die Liebe von Dir in den gesamten Raum. Du fühlst die Wellen von Liebe und die Kraft der Liebe aus Dir strömen, die Kraft Deines liebesfähigen Herzens erfüllt den gesamten Raum. Du füllst Dich mit Liebe und lässt sie dann aus Dir strömen und nun über den Raum ausbreiten in Deine gesamte Umgebung. Wenn Du merkst, dass Dein Fokus nachlässt, dann geh zurück zu dem Menschen, den Du liebst und lass die Liebe wieder fließen aus dem Herzen und spüre, wie Liebe und Energie sich sofort in Dir ausbreiten. Liebe ist die Quelle von Kraft und Schönheit. Erlaube Dir, die Liebe in Dir wahrzunehmen und wie die Liebe die Atmosphäre verändert. Je mehr Liebe fließt, desto mehr Energie wirst Du empfangen und geben. Du bist eine unendliche Quelle von Kraft, Liebe und Schönheit. Lass es zu, dass diese Liebeskraft in Dir strömt und von Dir ausgehend in das gesamte Universum. Es gibt keine Begrenzung mehr. Erlaube Deinem Geist, sich frei zu entfalten, unendlich weit zu gehen und spüre, wie Du Dich ausdehnst und immer weiter und offener wirst. Du bist verbunden mit Deinem Herzen, mit der Größe und Weite des Seins und Du bist verbunden mit allem. Alles Getrenntsein löst sich auf in Verbundenheit. Nimm die Weite, Größe und Liebe in Dir wahr und erlaube Dir, Dich anzufüllen mit Freude und mit Schönheit. Erlaube, dass sich diese Energie mehr und mehr in Dir ausbreitet und nimm diese Heilenergie nun mit in Deinen Alltag. Sie wird Dich heute in all Deinen täglichen Herausforderungen und Tätigkeiten auf der Arbeit und in Deinen Beziehungen begleiten. Wann immer Du Dich während dieses Tages entmutigt, gereizt, nervös oder ängstlich fühlst, erinnere Dich an diese Erfahrung, wie Du Liebe, Größe, Weite und die Kraft in Deinem Herzen jederzeit aktivieren kannst. In Dir ist ein Ozean voller Freude, Schönheit und Kraft. Du kannst Dich an diese Erfahrung erinnern und sie jederzeit wieder hochholen. Diese Quelle versiegt nie, Du musst es nur zulassen. Sieh den Tag heute an Dir vorüberziehen, all die Dinge, die heute auf Dich warten. Sieh Dich in all diesen Situationen, wie Du denkst, fühlst und handelst, mit Freude, Liebe, Dankbarkeit und Kraft. Der Tag, der vor Dir liegt, ist ein wunderbarer Tag. Du bist wunderbar und Dein Leben ist wunderbar. Erinnere Dich mehrmals an diesem neuen, wunderbaren Tag, dass Du die Liebe in Deinem Herzen trägst, dass die nie wollende Quelle von Kraft in Deinem Herzen ist, die Dich trägt und mit der Du Dich jederzeit verbinden kannst. Zaubere ein Lächeln auf Dein Gesicht, umarme den Tag, heiße ihn willkommen und geh voller Neugierde in den neuen Tag, in das Abenteuer Menschsein. Nun verbinde Dich langsam wieder mit Deiner Umgebung, nimm den Raum wahr, in dem Du bist und wenn Du bereit bist, öffne Deine Augen und empfange diesen wundervollen Tag. Deiner Umgebung Vielen Dank.